Das geht's. Wie kann das sein? Der erste wäre... Der wäre... Oh, der war fröhlich. Der war fröhlich. Der war fröhlich. Der war fröhlich. Nein, ich bin Gott. Jetzt ist immer noch alles drin. Dann kommt jetzt Kürn. Oh, nee. Ich dachte, das ist es. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Das ist so nett. Das ist so nett. Jetzt will ich den oberen. Habt ihr zusammengerechnet? Drei, zwei, Null. Wie viel hat Druck gehabt? Sechs. Ich stehe gerade extrem unter Druck. Kommt sogar noch Pech dazu. Nächster Sieg bei Borussia Dortmund. Ich hab doch noch nie so ein Frühling. Auch im Training. Das war's. 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 Das war's.